Was ist eigentlich los mit den Männern? Ich bin heute hier, um Ihnen Appetit zu machen auf die dieswöchige Titelgeschichte Das geschwächte Geschlecht, Männer in der Identitätskrise. Jetzt ist es kein polemischer Titel und es ist auch kein Männer-bashender Artikel, sondern es ist eine Geschichte, die sich mit den Befindlichkeiten der Männer auseinandersetzt. Basierend auf einem Buch, das ich in den letzten zweieinhalb Jahren recherchiert habe und Ihnen auch hier noch kurz zeigen darf, Kerls, wo ich mir gedacht habe, die Schulabbrecherzahlen, die Depressionszahlen, die Selbstmordraten geben alle Zeugnis davon, dass es den Männern momentan wirklich nicht gut geht. Ich habe versucht, in dieser Geschichte Fragen zu beantworten, warum Männer für den Rechtspopulismus so leichte Beute sind, warum sie so hinterherhinken, was Ausbildung und Schulbildung betrifft, woher ihre Ängste kommen und warum diese Selbstmordrate wirklich dreimal so hoch ist wie bei Frauen, obwohl die Depressionsrate eine weit geringere ist. Also alles, was mit Männern und ihrer Psyche und ihren Befindlichkeiten zu tun hat und hoffentlich auch ein paar positive Antworten in der aktuellen Profiltitelgeschichte. Herzlichen Dank.